Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Ich habe zwischenzeitlich sehr viel Cyberware geupgradet Können wir glaube ich jetzt gar nicht anschauen doch hier Wie man sieht habe ich jetzt alle Slots eigentlich belegt, abgesehen von dem hier Ich habe hier ein neues Betriebssystem gekauft Die Quick Health geupgradet Hier haben wir jetzt mittlerweile 8 Stück die wir auswählen können Und so gut es geht eigentlich alles auf Kategorie 4 erhöht Weil manche Dinge kosten über Kategorie 5 irgendwie fast 200.000 oder 150.000 80.000 und so Und da geht schon mal schnell das Geld löten Ich hatte Ich habe glaube ich ungefähr keine Ahnung 200.000 ausgegeben Ziemlich viel Aber durch Verkaufen von Cyberware und Quick Hacks auch wieder 200.000 ungefähr angenommen Also hat sich das ungefähr ausgetauscht oder genullt Die Arme wollte ich trotzdem eigentlich noch ändern Allerdings möchte ich da vielleicht die Gorilla Arme ausprobieren Aber die kosten auch ungefähr so 180.000 Von daher warte ich da halt doch noch kurz ein bisschen ab Ähm Die Waffen habe ich alle verkauft Die wir nicht brauchten Und geschaut ob wir da was austauschen können Ja Ansonsten denke ich haben wir jetzt eigentlich Ja Viel Cyberware Kapazität dazu gewonnen So sind hier fast bei der Grenze Und glaube ich auch so 200-300 An Panzerung dazu gewonnen Was auch ziemlich gut ist Und ja Das meiste macht eigentlich einfach Viel Panzerung Tragkapazität Ähm Ja Stealth Bonus Genau und Resistenz gegen etliche Dinge Ich möchte jetzt nicht unbedingt noch mehr weiter darauf eingehen Wir haben offensichtlich noch gelevelt Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen Ich würde nochmal auf Konstitution gehen Dass wir das noch ein bisschen höher bringen können Und ähm hier Ja Ausdauerkosten beim Nach beim Schiessen von Gewehren und MPs Hört sich gut an Und dann mal schauen was wir heute machen Ah Ja Das war ja eigentlich immer unser Ziel Aber so weit sind wir gar nicht gekommen Ja da laufen wir jetzt kurz mal hin Es sind 80 m Höre Obwohl hier unser Auto steht Okay wait So das war das Oder nicht Doch Klub Oh Oh Willst du der Menschheit den Gefallen tun und auch noch Spass dabei haben Dann kümmere dich um Nyotaro Shobo Der Typ ist ein Pervers Eine perverse Sau die ihresgleichen sucht Das Sadistenschwein gehört zu den Tagloss und dreht gern Expedies Vielleicht übertreibt er es manchmal bloß Vielleicht geht ihm einfach von den Schreien seiner Opfer einer ab Ich kippe auf Letzteres Auf sein Konto gehen aktuell mindestens 17 Monate Aber Recht und Ordnung hinken wie immer hinterher Wenn es um Tote und vermisste Joy Toys geht Die Mox lassen sich das nicht mehr gefahren Ein paar Mechs Netrunner haben Chataros Studio aufgespürt Im Ho-Oh einem kleinen Club in Kabuki Die Mechs können sich dort nicht blicken lassen Deshalb brauchen sie dich Finde diesen Wichser Chataro und sag ihm dass seine Tage in der Unterhaltungsprojekte gezählt sind Ehrlich gesagt ist mir das gar nicht aufgefallen dass wir den getötet haben da drin Aber scheint wohl so zu sein Hallo wie läuft's Alles gut Warum stimmt das nicht Ich hatte einen tollen Tag trotz der Umstände Das dank dir Vielleicht können wir das nochmal machen und nur ohne Blut vergießen Jederzeit Ganz kaum erwarten Naja Ich warte immer noch darauf dass Mike kaum hier die Details für das Treffen schickt Ich rufe dich an sobald ich mehr weiss Hört sich Gut dann Hiss Kess Warte auf den Anruf von Jury Wir sind da gerade unterwegs Aber was gibt's hier Nix Nix Oder doch Noch was zum verlinken Sehr gut Dann laufen wir laufen wir mal kurz da hin What Ja Wird das da gerade nichts kommt Anton Naja Na jetzt auch wieder irgendwas spannendes Was das hier passiert Ist ja gut Ich finde es manchmal weird dass die gerade so einen Sass auf uns haben Nur schon wenn wir vorbei laufen obwohl wir gar nichts machen No Tell Motel Wie ich es nicht vermisst habe Not Motel No work can see pay here Watson war Ne Wir waren ja schon mal hier Deshalb ist das schon gelootet Besetzt Frei Speichel mal Liebe Triff dich mit dem mysteriösen Kunden Schönen Ich arbeite nur mit Fixers. Klients die Verlust verletzten sind schlechtes Neues. Ich nur über meine Privatsphäre. Jeder will ihre Privatsphäre. Vielleicht, aber nicht so viel als ich. Fuck mich. Es ist du. Es ist mir, Lizzie Wissi. Es ist mir, Lizzie Wissi. Okay, so what's this about? I think you can guess. I'm in trouble. Aha. And what kind? Good question. Been a rough year. Creative block. Can't even say the last time I made anything worth listening to. And to make things worse, I fell in love. Not the worst thing in the world? It is to me. I have something to say. And that? It's a distraction. I need to focus on my art. So, we're talking a man, woman? Oh shit, these hands. Sometimes seems like I just brush something and sparks fly. Anyway, a man. His name's Liam. Liam Northam. Been together a few months, but I think he's cheating on me. Okay. Why the suspicion? It's so cliched, it's embarrassing. Whispered phone calls in the bathroom, strange receipts, secret meetings in the middle of the night. Any specific event come to mind? My mind... That's... That's a touchy subject. Why? Don't know each other well enough for that, V. Do you talk to him at all? Tell him to his face? You're adorable. Imagine this. We're never alone. Not really. Always surrounded by assistants, PR reps, makeup artists. I stop smiling at him for one millisecond. It'll be all over every scream sheet in this town. Understood. No, you don't understand. Not until you've lived it. Millions of eyes trained on you constantly. It can be beautiful. And terrifying. Liam Northam. Nope, don't know him. Tell me about him. Forty-ish. Sensitive. Guy who never wanted for anything. You know the type. I heard they exist. How'd you meet? He's my manager. Oh. I know. I know how it sounds. I never meant to. He's not even my type, but... But? Your body can be chrome, but the heart never changes. It wants what it wants. So what's my role here? What do you want? Proof. And then I'll end things. For good. Liam goes to Riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who. You'll find out from me? Not so fast. Scratch? You'll get it. Sure hope so. Question is, how much? God, how mundane. God, how mundane. No idea. Scads and scads of scratch. You happy? Uh-huh. You know, for us mere mortals, the mundane matters. Sometimes means the difference between life and death. Don't lecture me. You want the job or not? Thank you. You can count on me. You can count on me. Remember, I want specifics. Details. Recordings or pics, if you can. Sure. Keep it in mind. Good. Now go. Okay. Schönes Zimmer hast du dir ausgesucht. Ciao, Lizzie. Wir haben übrigens deine Waffe. Begib dich am Abend ins Riot und frag nach Liam. Ich muss sagen, die englische Synchronstimme von Lizzie fand ich gerade mega nice. Hat sich irgendwie so anders angehört als andere Synchronstimmen hier im Spiel. Ähm. Hi. What do I do? Kannst du fliegen? Wahrscheinlich. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also es hört sich irgendwie so... I don't know, ich sag Glenn so... Auf jeden Fall war es ein bisschen was anderes als die anderen Stimmen sonst immer. Am Abend. Wir haben ja theoretisch Abend. Also gleich 18 Uhr. Das sind 500 Meter. Vielleicht reicht ja die Zeit schon. Also vielleicht zählt, dass ich schon als Abend das möchte ich damit sagen. Hey, ich habe einen Job für dich. So viele Aufträge nebenan. So irgendwie immer haben wir etwas. Ja komm, ich lasse die jetzt mal. Ah, da waren wir doch schon mal in diesem Club oder nicht. Ah, da waren wir doch schon mal in diesem Club oder nicht. Hundebeweise für Liams Treuebruch. Hey! Sorry, ich muss da mal durch. Sorry, 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 Leute. Darf ich kurz? Oh, das ist ja. Das ist ja, ich darf mich jetzt nicht... Oh, danke! So, ich muss das mal aufbauen. Es ist ja auch so... Das ist ja, ich muss das machen. Oh Gott, was ich Sex gemacht. Oh Gott! Es ist ja! Wow Gevinix Lazy Willy Asscracks, Songtexte Oh nice Panzen Ich würde persönlich niemals in so einen Club gehen, oder auch nicht wenn Techno läuft Auch wenn es ein bisschen abgeht aber Naja Ich würde sagen Bis dann zu der nächsten Folge, die wir Gehen es hier auch wieder ab wie nix Naja Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ich würde sagen Ich habe dich Ich habe dich Ich habe dich In 2077, die Votten meine Stadt die schlimmste Ort zu leben in Amerika Main issues Sky-high rate of violence Und mehr Menschen unter der Poverty-Line Than anywhere else Ich habe dich Ich habe dich Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. The next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.